und hill dreht sich hier im verfolgerfeld war es live zu sehen jetzt ist wo der motor noch aus das darf ja nicht das ist gerade habe ich ihn noch gelobt vor heimpublikum dreht sich der sieger von 94 und steigt aus jetzt ist ralf schumacher gefragt auf platz zwölf im moment wird er jetzt auf platz 11 vorrücken er hat vorher überrundet den olivier panis hatte überrundet und dabei wohl auf die nasse linie gekommen trotzdem ich meine alle anderen haben ihn auch überrundet das darf nicht passieren